hello und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich weiß gar nicht wie lange ich das nicht mehr gesagt habe ich glaube seit fünf sechs monaten das letzte video welches gesehen habt falls ihr es gesehen habt ist die haustour in kopangal ich glaube das war im januar seitdem ist sehr viel passiert und ich denke dass die meisten von euch sowieso auf instagram folgen und ich muss ganz ehrlich sagen bisschen weird gerade zu sprechen von dieser kamera aber irgendwie auch nicht so mein baby würde ich sagen ich habe mit ihm angefangen ich gab vor sechs jahren ich wollte youtube nie aufgeben das war nie meine intention jedoch habe ich mich in den letzten monaten immer weniger mit der plattform identifizieren können aber ich versuche hier mit einem kleinen neustart auf youtube starten mit einem live update wieder rein ich denke das ist dringend notwendig und dafür finde ich youtube tatsächlich super weil ich kann jetzt einfach drauf loslabern ohne dass ich geskippt werde vielleicht vielleicht skippt ihr mich aber vielleicht auch nicht also es ist viel passiert in den letzten monaten und jeder der mir auf instagram folgt weiß wir waren in thailand dann waren wir auf bali wir waren insgesamt fast fünf monate unterwegs jedoch nur zwei ländern weil mein freund wirklich stark gesundheitliche probleme hat das jetzt schon seit fast drei jahren und uns das jeden tag richtig richtig stark beeinflusst ihn selbstverständlich er ist derjenige mit dem problem aber mich als partnerin natürlich auch und ich muss ganz ehrlich sagen ich möchte es steht mir überhaupt nicht zu über seine krankheit zu sprechen es ist nichts lebensbedrohliches wir haben darüber auch schon mal in unserem englischen kanal gesprochen das kann auch das video gerne unten verlinken das ist aber schon wieder nicht stand der dinge das war schon ewigkeiten her er hat ein er hat ganz viele probleme unter anderem eine fehlbesiedlung des mikrobioms im darm im dickdarm sowie im dünndarm und es hört sich vielleicht ganz leicht an wieder zu regeln jedoch sind probleme mit dem darm tatsächlich sehr hart in der keg und er tut mir wahnsinnig leid denn die krankheit die er hat als symptomen kommen zum beispiel angstzustände starke depressionen und diese natürlichen behandlungen also ich rede von wir oh gott wir sind schon so eine kappe dass ich nie sage aber irgendwie ja wir er und wie gesagt ich möchte gar nicht auf seine krankheit darauf eingehen weil mir das überhaupt nicht zusteht und ich weiß von ihm dass er sobald das besser wird es muss auch nicht mal weg sein möchte ganz vielen menschen helfen und drüber sprechen und aufklären und das ist auf jeden fall ganz ganz oben auf seiner to do liste sobald es ihm besser geht richtig ihr werdet irgendwann auf jeden fall aus seinem munde erfahren was los war oder ist oder was er genau hat das dazu ich habe jedoch auf instagram letztens eine story über mental health gemacht um ehrlich zu sein hatte ich einen kleinen breakdown in meiner instagram story und dachte jetzt muss ich euch eigentlich auch mal diese seite meines lebens zeigen weil so sieht es tatsächlich so ich würde sagen 70 prozent jeden tag bei mir aus es ist für mich super schwer damit umzugehen weil es eben jetzt schon jeden tag und auch sich über so viele jahre hinweg zieht ich habe ihm zu seinem 30. geburtstag eine reise nach italien geschenkt eine ganz besondere für ihn unglaublich doll gefreut und mussten die reise von seiner darm probleme leider abbrechen nach zwei nächten schon und irgendwie war das viel zu viel für mich zum handeln und hatte einen kleinen breakdown öffentlich normalerweise habe ich den behind the camera das dazu und ich möchte euch eigentlich damit auch nur zeigen dass es ich glaube mein leben sieht immer sehr ach geil alles supi kunterbuntes happy hippie lifestyle hier mal in da in thailand da mal in bali lebt ihr leben jedoch hat es auch genau so in thailand ausgesehen nur habe ich es nicht gezeigt weil es eigentlich gar keinen angeht weil es eben nicht mein problem ist es ist sein problem und ich finde man zeigt schon sowieso so viel auf social media und sowas zeigt man nicht vor allem nicht wenn es nicht um mich geht wisst du was ich meine das ist ja da steht mir einfach überhaupt nichts und ich weiß dass er das auch nicht wollen würde ich möchte allerdings viel viel mehr und offen über das die mental health sprechen weil ich das eben 24 7 mitbekomme wie schlimm das ist wenn man psychische probleme hat mit herkommend mit einer krankheit als symptom so wie bei ihm oder ob man wirklich an depressionen leidet und ich finde es auch das alles schlimmste daran finde ich dass die gesellschaft das gelächelt und überhaupt nicht ernst nimmt ich hatte als beispiel ein gebrochenes bein zum beispiel wenn jemand gebrochenes bein hat und sagt hey boss ich kann nicht ich habe zur arbeit kommen ich habe mir mal gebrochen ich bin für sechs wochen k.o. dann würde jeder sagen um gottes willen du armer bleib mal daheim oder auch wenn man in unserer jetzigen zeit sagt oh ich hatte einen corona kontakt vor zwei tagen ich komme mal lieber nicht ne dann sagt jeder um gottes willen ja bleib daheim hoffentlich bleibst du gesund aber sobald jemand sagt hey mir geht es heute gar nicht gut ich habe depressionen ich leide mit angststörungen ich habe gerade eine panikattack und whatever da sagt doch jeder raff dich mal auf ist doch halb so wild komm geh mal raus mach mal einen spaziergang das wird schon wieder komm ganze stunden später kommt oder weiß ich nicht mal wahrscheinlich das heißt die leute die an unsichtbaren probleme leiden müssen sich irgendwie aufraffen in unserer gesellschaft und durch den tag ballern ohne dass es ihnen danach ist und natürlich muss man jeder muss man sachen machen auch wenn man gerade keinen bock drauf hat oder wenn man sich danach nicht so fühlt ich glaube wir frauen wenn man die periode hat können das am besten nachvollziehen aber ich finde das und ich krieg das eben auch im freundes und familienkreis mit dass psychische probleme nicht ernst genommen werden nicht ernst genommen werden und das macht mich richtig traurig und tatsächlich rede ich über dieses ganze thematik die eigentlich meinen ganzen alltag beeinflusst und keinen drüber außer mit tausenden fremden menschen aber hier we go weil einfach kein verständnis aufkommt für eine krankheit die unsichtbar ist nicht auf den ersten blick sichtbar erscheint und als ich das auf social media geteilt hatte letztens auf instagram ich glaube ich habe in meinem ganzen leben in sieben jahren social media niemals so viele nachrichten bekommen wie an diesem einen tag hunderte nachrichten von menschen denen es ganz genauso geht mit psychischen problemen ob es panikattacken angstzustände depressionen alles andere mögliche unsichtbare ist morbus krone darmerkrankungen riedmann nicht hat man und mich hat das so erschrocken dass ich gar noch mehr geheult habe weil so viele so viele seelen da draußen an probleme leiden die keiner ernst nimmt und ich dachte wir müssen jetzt hier mal ein bisschen darüber aufklären und öffentlich darüber sprechen dass es öfter existiert als man vielleicht denkt und ein bisschen awareness darüber schaffen dass die gesellschaft auch das einfach auch mal ernst nimmt und annimmt es kann nicht sein dass wir im 21 jahrhundert immer noch denken okay augen zu und durch schafft das schon obwohl man eigentlich am liebsten sich im bett verkrümelt und es einem einfach überhaupt nicht gut geht psychisch und das liegt mir einfach wahnsinnig am herzen und dachte ich nutze meine reichweite jetzt mal dafür um eben auch mal über den mental health aufzuklären und darüber mehr zu sprechen wie gesagt ich möchte nicht über seine krankheit sprechen dabei es geht euch nichts an es geht mich nichts an es ist nur ein kleiner aufhänger warum ich mich eben sehr gut in so etwas reinfühlen kann und mir persönlich geht es keinen tag schon sehr lange nicht mehr hundertprozentig super auch weil ich ein sehr positiver mensch bin weil es mich einfach sehr als partnerin von einem von einem von einer krankheit sage ich jetzt mal von meinem freund von meinem partner von meiner großen liebe mich natürlich auch sehr beeinträchtigt meine kreativität in meinem wie glücklich wie ich den tag bin und natürlich mache ich meine happiness nicht von ihm abhängig wobei vielleicht ein bisschen aber das ist total normal aber wir müssen mir vorstellen wobei ich denke dass ganz ganz viele dieses problem auch haben oder in dieser situation stecken dass wenn man eben 247 in so einer situation ist dass es einfach wie kann man denn da glücklich sein wenn man den partner so leiden sieht ich kann es nicht genau das ist so ein bisschen los bei mir im leben live update und ganz ehrlich ist behind the scenes und genau die reise war auch alles andere als wie geplant und auch wenn thailand und Bali immer so super happy aussahen waren es war es das auch nicht ich würde sagen so zu 70 80 prozent sah es dort genauso aus wie hier also einfach nicht gut im gegen er hat darm probleme die sind auch nicht weg wenn wir nach thailand gehen und ab und darm probleme wusstet ihr dass 80 prozent das ist so die ich habe von menschen die wirklich an depression leiden eigentlich der root cause darm der darm ist ihr müsst euch mir vorstellen unser darm da haben wir über 100 millionen nervenzellen das geht sehr gleich am her mit dem gehirn ich kann gar nicht gut erklären aber ich hoffe ihr wisst was ich meine und der darm und das gehirn sind miteinander verbunden sprich wenn ihr darm probleme habt wirkt sich das auch auf eure psyche aus und auf eure komplette gesundheit also psychische gesundheit mentale gesundheit körperliche gesundheit und deswegen rede ich auch gerne über darm probleme weil wenn man auf den darm nicht acht gibt kommen eben symptome einher können wie depressionen angstzustände und eben psychische symptome sag ich jetzt einfach mal und ich finde man muss auch unterscheiden zwischen wirklich depression und einer depressiven phase durch die irgendwie jeder mal in seinem leben geht es nicht immer alles hier ponyhof leben jeder hat mal im leben bestimmt ein zwei oder auch öfter mal eine depressive phase aber wirklich depressionen ich glaube also dass wir auf jeden Fall einen unterschied bewahren jetzt wisst ihr was so ein bisschen abging die letzten monate oder auch die letzten jahre und das mal aus sicht von einer person die nicht an depression leidet aber die eben jemanden lebt bei dem depressionen ganz oben an der tagesliste stehen als symptom einer darmerkrankung und hier haben auch ganz viele von euch gestehen die moxkron haben zum beispiel das hat er jetzt zum glück nicht oder ich weiß nicht ob man zum glück sagen kann ja wahrscheinlich die auch einher gehen mit an depressionen leiden und es ist wirklich ganz schlimm eure nachrichten gelesen zu haben und eure geschichten zu hören und bin auch sehr dankbar dass ihr das mir geteilt habt aber das hat mich jetzt eben irgendwie ermutigt jetzt auch wieder hier auf youtube zu zu sprechen weil ich ja einfach ohne punkt und komma sprechen kann und dass ich direkt wieder eine story und so weiter genau das dazu wenn ihr video wünsche habt lasst mich das gerne in den kommentaren wissen diese typischen beauty youtube videos ich glaube das haben wir schon von entfernt vor drei jahren das gibt es bei mir nicht mehr aber das thema spiritualität gym einfach mein alltag ich meine ihr seht immer das was mich gerade beschäftigt in meinem leben ich teile mein leben mit euch und genau so hat sich das auch entwickelt die letzten jahre das dazu wer mir auf instagram noch nicht folgen sollte der kann das gerne nachholen ich bin sarah isabel heiße ich dort auf tik tok werde ich gerade auch immer aktiver ich finde mittlerweile sehr coole plattform und verabschiede mich jetzt hiermit mal bei euch ich hoffe euch hat das kleine real talk live update gefallen vielleicht versteht ihr warum ich mich jetzt nicht gemeldet habe es ist einfach viel los und auch wenn man es vor der kamera nicht so sieht es ist viel los hinter der kamera das kann man sich auf jeden fall das kann man auf jeden fall glauben nur zeigt man es halt auch einfach nicht wie gesagt man zeigt so viel von seinem leben und irgendwelche manche sachen möchte man einfach nicht teilen manche sachen gehören nicht an die öffentlichkeit und ich kann eben nur das teilen was ich auch teilen möchte und das habe ich jetzt getan und wünsche euch jetzt noch einen super schönen tag egal wann ihr dieses video seht und wir sehen uns zum nächsten mal bis dann ciao los ab es 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 Bis zum nächsten Mal.